Für Häftlinge war ich der Einzige, der eine Antwort bekam. Liebe Nummer 24601, ich brauche einen Mann, doch ich kann unter dem Gesetzestreuen keinen finden. Ich habe eine feste Arbeitsstelle und das Hobby, Leute wegen Kleinigkeiten anzuzeigen. Ich teile meine Wohnung mit meiner Zwillingsschwester, weil liegt ein Foto von uns auf einem Tandem. Ich habe vergessen, welche von den beiden ich bin. Liebe Selma, dein Brief hat einen regelrechten Aufstand im Hochsicherheitstrakt meines Herzens ausgelöst. Vielen Dank.